So, was ist das? Aber was habe ich jetzt davon? So, was ist das? 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 Tja. Ich gehe davon aus, wir müssen jetzt in die andere Höhle. Falls ich jemals das Wasser daraus kriege. Ich gehe davon aus, wir müssen jetzt in die Höhle. Genau, jetzt wollte ich in die zweite, aber ich weiß nicht, wie ich da das Wasser rauskriege. Ja, nicht nur dich. Also, das ist jetzt die zweite Höhle. Ah, jetzt ist die offen. Okay. Oh. So, wir haben jetzt eine rote und eine blaue Seite. Und sehr viele Landkarten. Einlass zum Insel. Ah, okay, da fehlt die zweite Hälfte. Naja, das war jetzt ja nicht so spannend. So, ich würde sagen, wir können jetzt eigentlich in das Schiff gehen, wenn wir denn da was sehen würden. Denn ich bin mir sicher, dass das Schiff uns zurückbringt. Vielleicht aber auch das Fernglas. Ja, ich bin mir sicher, dass das Schiff uns zurückbringt. Aber hier sieht man ja wirklich gar nichts. Ja, eine Lampe wäre echt super. Jetzt kommt's. Wirf die Seiten ins Wasser. Das funktioniert übrigens nicht. Okay, Moment. Ich muss erstmal wieder das Wasser ablassen. Ich weiß leider nicht mehr, wie das ging. Hä? Und jetzt? Moment, wir gehen da nochmal rein. Okay. 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 Woher soll man das denn wissen? Okay. 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 Was? Okay. 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 Was habe ich getan? Ohne Scheiß, was ist da passiert? Ah, vielleicht kann ich jetzt zum Leuchtturm gehen und die Batterie mitnehmen. Ah, okay, Moment. Nicht mitnehmen, sondern wieder aufladen. Wow. 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 Sie war aufgefüllter. Sobald ich bei dem einen Ding was drücke, passiert das. Ich weiß aber nicht, was ich an diesem Stern dann sonst machen soll. Zum Teleskop, okay. 135a habe ich natürlich die falsche Richtung genommen. Ich glaube, bei 135 habe ich sogar gesagt, dass da was sein könnte. Genau, das ist nämlich hier der blinkende. Aber was habe ich davon? Ach, muss ich mir nur merken. Okay. Danke, dass du dich da so reinhängst. Ich wäre völlig aufgeschmissen, oder? 32 64 96 128 28 Oh, guck mal, ich habe einfach nur gezählt. Das war es anscheinend nicht. Also, wie soll man denn auf sowas kommen? Jetzt mal ganz ehrlich. Das ist ja schon sehr, sehr absurd. Das ist ja schon sehr, sehr absurd. Das hat nicht funktioniert. Das hat nicht funktioniert. Boah, ernsthaft? Ich habe das doch gerade aufgeladen. Also, ich hätte gesagt, der oberste ist der erste und dann kann natürlich auch sein, dass der erste davon, äh, dass der erste rechts davon der erste ist. Ja, verstehe ich? Boah. Ich weiß nicht, warum diese Spiele-Serie so erfolgreich war. Also, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, neun, zwölf. So, und jetzt haben wir hier Licht und müssten dadurch in das Schiff gehen können. Und da was sehen. Wirklich. Wirklich. Ta-daa. Wirklich. Das sind Wreding. Wirklich. 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 Das war's für heute. Wir sind zurückgekommen. Ich dachte, sie würde nicht kommen. Außerhalten, mich zu retten. Gnathana. Mein Bruder, ich bitte Sie. Ist gleich vollständig. Immer blaue Seiten. Hören Sie nicht auf ihn. Hören Sie nicht auf meinen Bruder. Ich wüsste schon nah. Und Lügner! Singen Sie mir die blauen Seiten. Kümmern Sie sich nicht um die Roten. Lählen Sie an. Ich bin zu Unrecht gefangen. Sie müssen mir glauben. Ich will Vergeltung. Bitte bringen Sie mir die blauen Seiten. Blaue Seiten, bitte. Okay. So, passt auf. Kann man das skippen? Nein, kann man nicht skippen, weil sie ihre Katzen so geil fanden. Nein, kann man nicht. Mit einemmade enhancing dès jetzt sind? Ja! Ich bin zuge deinen Five, wie Fungerns und Lynn Säppel sind im Wasser. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Also, passt auf, was ich mir jetzt gedacht habe, wir holen jetzt die rote Seite, die wir ja offensichtlich wieder zurückgelegt haben. Und dann, wie es der Mann ist, das ist der Wiederholen. Also, das ist die Bitte. Wir gehen auch sofort in den Raid, wenn wir wieder zurück sind. Wir gehen auch sofort in den Raid. 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 2, 3, 4, 5... Aber das war doch richtig! 3, 4, 5... 4, 5... 4, 5... 4, 5... 5... 5... 5... 5, 5... 5, 6... 5, 6... 5, 6... 5, 6... 5, 6... 5, 6... 5, 6... 5, 6... 5, 6... 5, 6... 5, 6... 6... 6... 6... 7... 6... 6... 6... 6... 7... 7... 7... 7... 8... 8... 8... 8... 8... 9... 10... 10... Musik Das ist ja furchtbar. Oh, danke schön, meine Liebe. Du rettest mir das Leben in diesem Spiel. Du rettest mir das Leben in diesem Spiel. Boah, das müssen wir jetzt aber instant speichern. Sofort. So. Okay, das Klavier ist tot. Die Hebel sind auch alle weg. Das ist bestimmt die Wüstenwelt, in der Sokrater eingeschlagen sind. Okay, keine Ahnung, was wir hier machen müssen. Okay, das Feuer prasselt immer. Mal egal, ob wir diesen Knopf hier drücken oder nicht. Okay, das ist ja auch schon. Okay, das ist ja schon wieder. Okay, wir haben eine rote Seite, aber noch keinen Weg zurück. Okay, wir haben eine rote Seite, aber wir haben eine rote Seite. Oh Gott. Ja, gerne. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Tatsächlich würde ich es nicht komplett komplex nennen. Also es gibt auch moderne Spiele mit sehr krassen Rätseln. Das ist hier halt einfach Bullshit. Also nur weil es schwer ist, ist es nicht automatisch gutes Game Design. Das ist so wie bei alten NES oder Super NES Spielen auch noch, die einfach sehr kurz waren. Und deswegen mussten sie schwer sein, damit die Leute möglichst lange brauchen, bis sie es durch haben. Aber woher weiß ich denn, welches Geräusch zu welchem Hebel gehört? Okay. 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 Also tatsächlich machen die Hebel am Anfang fünf oder sechs verschiedene Geräusche, je nachdem, auf welcher Position sie sind. Das Problem ist, je nachdem wie ich gehe, ist die Reihenfolge ja komplett anders. So. Okay. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Pass auf, ich gucke jetzt fairerweise nach, ob es da Bild zu gibt. Ja, gibt es. Dankeschön. Aber mit dem Bild ging es einen Ticken schneller, nicht so gut. Was ist das hier, Yellow Submarine? Was ist das hier, Yellow Submarine? Was ist das hier, Yellow Submarine? Das war's für heute. Das sieht alles gleich aus. Das war's für heute. Das war's für heute. Das machen wir jetzt eben noch. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist furchtbar. Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Und... Ja, ja, Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.